Jetzt kommen wir auf Siegen zu und hier, was ist das denn? Die Straße ist ja wohl gar nicht für mein Auto geeignet. Denn ich habe ein Schmalspurauto und wie soll ich das denn jetzt machen? Mal rechts oder mal links oder wie? Das ist hier die typische Ostzonenstraße. Auch schon in Siegen, obwohl Siegen ja nur eindeutig noch im Westen ist. Hier haben Sie eine Ausgleichsbaßnahme machen müssen, weil Sie Ihre Toilettenleitung anschließen durften. Da muss die Gemeinde über eine Ausgleichsplatzung machen. Und das ist wahrscheinlich der Toilettensee, haben Sie neu gekriegt, hier in Siegen. Für die Straße ist nix für ich mehr gewesen. Wir mussten bei uns ja auch Neupflanzungen machen, weil wir, was haben wir noch gekriegt? Ja, doch, ja, die Kläranlage. Wahrscheinlich genau hier. Und Siegen, guck mal, hier hat auch schnelles Internet. Dieser Kasten ist mehr dafür zuständig. Jetzt wieder normale Straße. Ja, für runde Quotenautomaten. Die sollte man gar nicht für möglich halten. In dem Teil von Siegen war ich noch nicht. Hier haben Sie sogar nie diese Kreisel. Das kifft das gar nicht. Spielstraßen oder sowas. Ja, das ist alles Neubau, hängt zusammen, da muss man nicht rein. So ein Kreisel hat nicht jede Gemeinde. Da muss man schon in die Stadt fahren. Und hier ist aber Zicken. Ein kleines Nest. So, wir fahren jetzt bis rum. Und nach Valenks. So haben wir das ja auch noch nicht gesehen. Was haben wir denn hier alles? Was haben wir denn hier alles? Wir halten hier an. Guter Vordel nochmal. Da wollen wir Pause machen. Und sagen jetzt schon Tschüss. Ausziehen.